Hey Leute, es ist wieder Rocket-Zeit, also rein ins Vergnügen, zwölf Spiele am maskierten Jackpot-Tisch und ja, ich mache es wieder live, ich bin ganz gespannt. Ich bin zwar ein bisschen angeschlagen heute, habe leichte Kopfschmerzen gehabt, bin nicht so ganz auf dem Damm, aber das soll natürlich jetzt keine Entschuldigung sein, für zwölf Spiele Skat wird es ja immer reichen, bzw. dadurch wird mir ja dann erst besser. So, was ist jetzt hier los? Ich habe einen Ansatz, der ist mir zu schade, auf diese kurze Distanz den abzugeben, den werde ich mal etwas weiter reizen, gehen wir also auf Grang. So, eine gute Karte sollte schon da drin sein, ist es auch Karawube, das überzeugt doch sofort, damit sieht der Grang doch ziemlich überzeugt aus. Drei Stiche in der Abgabe, nachdem jetzt Karawube gelaufen ist, höchstens zwei Herzstiche, ein Kreuz, wenn es ungünstig sitzt, es kann auch sich glücklicher natürlich entwickeln, es können ja hier mal 21 direkt fallen, das ist aber nicht der Fall. So, 24, gut, das heißt natürlich Kreuz und dadurch kommt jetzt für mich nicht mehr in Frage, denn bei 24 Augen muss ich natürlich hoffen, dass ich den Kreuzdarmstich auch mache und das ist der Fall. Kreuzkönig, oh, stand sogar zu dritt, wurde aber freigeworfen und damit ist der Schneider drin. Also, Mut wurde belohnt, war ja durchaus nicht ganz automatisch klar, dass das Spiel gereizt werden muss, aber Karawube hat mich gerettet bzw. hat das Spiel leicht gemacht. So, und jetzt haben wir hier wieder so einen Ansatz. 4 Volle, 2 Asse, Pik Bube, aber Mittelhand, 18 werden gehalten. Na, ich denke, wir wollen das Glück nicht überstrapazieren, das ist ja auch so eine Erkenntnis. Mal nimmst du so ein Spiel vom Tisch, was, na, vielleicht nicht ganz klar war, ob es auch deins ist, und wenn du das dann glücklich gewinnst, dann solltest du nicht Fahrstuhl fahren und jetzt jedes haben wollen, nicht jedes Spiel vom Tisch klauen. Hier sehen wir auch Spieler 2 will auch noch mitspielen, also clever hier, oder in dem Moment guter Riecher, dass ich da nicht noch weiter gereizt habe, das wäre mir wahrscheinlich nicht gut bekommen. Dass hinten auch noch spielen will, hätte ich dann auch gar nicht beim Reizen mitbekommen. So habe ich also das Gegenblatt zusammen mit Spieler 2 und ich bin mal gespannt, ob Vorhand jetzt gegen 2 Reizung da irgendwas gewinnen kann. Also leicht wird es nicht, würde ich vermuten. Der tut sich auch schon schwer, drückt um, nimmt noch mal auf, überlegt lange. Ja, jetzt kommt sicher irgendeine Spezialdrückung. Ein 0, da haben wir es schon. Gut, der hat vielleicht sogar noch die besten Chancen, in Karo habe ich 7 und 8 selber zum Beispiel, Pik und Herz nur 2, aber das gucken wir uns jetzt mal in Ruhe an. Pik 9, wahrscheinlich aus der langen Farbe und mein Partner trifft gleich Karo, das ging ja ganz schnell, sofort erlegt im zweiten Stich, herrlich. Und ein Ansatz, auf jeden Fall für Karo Hand. Wird Spieler 3 diesmal rechtzeitig die Segel streichen. Es sieht nicht so aus, es sieht nicht so aus. Mensch, was will der denn schon wieder? Naja, wahrscheinlich Pik oder Pik Hand, kann ich weiter. Nee, diesmal nicht reell. Diesmal müsste ich ja wirklich zwangsläufig einen Buben oder Karo Ass finden, wenn ich hier bei höherer Reizung irgendwas gewinnen will. Dann soll Spieler 3 mal sein Glück erneut versuchen. Pik ist Trumpf. Gut, wir haben 2 Trumpf. Er wird natürlich nicht den alten haben, höchstens ohne 2. Es sei denn, er muss Schneider spielen. Spiel ich natürlich erstmal blank aus. Und 7, 8, 9 in Herz, das ist ja zumindest ungewöhnlich. So, mein Partner geht rauf, um hier den Abstich zu forcieren. Das gelingt auch. Gut, nun bin ich natürlich nicht so sicher, ob das so günstig war. Herz Ass 10, Lusche offenbar beim Alleinspieler. Dann können wir auch ruhig mal versuchen, hier scharf eine 21 hinzulegen. Klappt aber nicht. Karo Ass ist auch noch beim Spieler gut. Gut, dann wird er dieses Spiel wohl gewinnen. Dann ist das wohl besser als vermutet. Ich meine, kann natürlich sein, dass mein Partner noch insgesamt, dass es nur ein 5-Trümpfer ist. Und, dass mein Partner jetzt noch Trumpf Ass in der Hand hat oder so. Ne, hat er nicht, macht nichts mehr. Dann können wir auch, denke ich, höchstens hier noch einen Stich machen. Karo oder Kreuz muss er noch die Lusche haben. Karo, Lusche, bup. Na gut, zum Rauskommen hat es gereicht. Ja, was ist denn hier los? Deswegen mag ich dieses Format. Ich mag es nicht unbedingt jetzt aus spielerischer Sicht. Da ist natürlich immer viel Getrommel auch da drin, viel Reizung über dem eigentlichen Schwellwert auf guten Stock, auf Chance. Aber das ist natürlich für so eine Videoaufnahme, denke ich mal, interessanter als so ein klinischer Bundesliga-Skat, wo viel eingepasst wird, wo die Spiele für 18 und 20 häufig auch verteilt werden. Hier geht jeder ins Risiko. Und ja, ich brauche mir jetzt natürlich schon gar keine Gedanken mehr machen. Ist ja auch nicht so schlecht, was ich hier in der Hand habe. Naja, gut, wahrscheinlich kann ich sowieso nur 18 sagen, aber 40 und 44 ist schon geboten. Dann habe ich das Gefühl, dass Spieler 3, das ist für mich, so wie ich ihn einschätze, eher so ein Fahrstuhlspieler. Also ein Hoch, ein Runter, das wird mich nicht wundern. Jetzt kommt der Nullouvert, aber der ist dicht. Da passt kein Blatt dazwischen, da ist gar nichts zu holen. Den können wir also gleich aufgeben. Gut, muss er fürs Fahrstuhlfahren das nächste Spiel dann wieder auf der rechten Seite nehmen. Nicht, dass ich es ihm gönnen würde, ist einfach nur so ein Gefühl. Nennen wir es ein Gefühl. Denn auf jeden Fall ist Spieler 3 hier ballverliebt. Gut, nun hat er auch gute Spiele gehabt. Bis auf eben dieses erste. Das bedauere ich manchmal so ein bisschen beim Online-Skat, dass du jetzt nicht in das Gesicht deiner Mitspieler schauen kannst, dass du nicht schnuppern kannst. Was geht in ihm vor? Wie hat er den Skat aufgenommen? Was macht er sich gerade für Gedanken? Diese Informationen fehlen natürlich. Wir können hier nur sehen einen Karo, bei dem er auch eine ganze Weile nachgedacht hat. Aber vielleicht hat er auch nur nachgedacht, weil die hübsche Nachbarstochter gerade geklingelt hat. Wer weiß das schon? So. Kreuz hat er gestochen. Okay. Ich weiß gar nicht, ob wir den irgendwie gewinnen können. Vielleicht nur, wenn es ein 4-Trümpfer ist, dann aber nicht. Wenn ich nochmal Kreuz 10 anbiete, würde zwar den Trumpf ziehen, aber wenn mein Partner dann noch einen mehr hat, dann können wir dadurch auch nicht gewinnen. Gut. Jetzt kann ich die Kreuz 10 investieren. Letzter Trumpf beim Alleinspieler. Ja, der hat sich in Pik noch versucht zu spielen, sitzt aber auch 2-2. Gut, den muss er jetzt abschmeißen. Jetzt hat er Herzass und Pik 10. Und damit gewinnt er natürlich. Ja, saß alles klinisch zu sauber. Trumpf 3-3, Pik 2-2. Das war alles, wie er es gebraucht hatte. So, jetzt reite ich hier mal ein bisschen auf der Rasierklinge, gerade gegen Spieler 2, der ja bisher noch nicht aufgefallen ist. Als Reizteufel da diese 20 zu halten, kam mir gleich ein bisschen, na, verwegen vor. So, ja, das ist, würde ich sagen, so ein Entscheidungsspiel. Ganz viele Möglichkeiten, hier einen Viertrümpfer zu machen, Kreuz oder Herz. Aber ich glaube, am einfachsten zu spielen ist tatsächlich vielleicht noch der Grang. So mit 14 runter, der wird natürlich ganz stark davon abhängen, ob Pik 10 läuft. So könnte man ihn drücken. Man kann auch Karo 10 halten, aber dass er Karo mit bedient. Und dann Bube raus und gucken, was passiert. Ja, ich würde das mal so machen. Ist gewagt, ist sehr gewagt, aber ein sicheres Spiel gibt es nicht. Ich habe hier ein paar Volle in der Hand. Jetzt müssen wir mal gucken. Wenn es günstig läuft, haut Spieler 2 gleich das Pik Ass auf den Tisch. Dann stehen meine vier Vollen und ich habe 14 im Keller, dann sieht es nicht schlecht aus. Karo Bube offenbar bei Spieler 2. Das wäre sonst ungewöhnlich, dass sein Partner ihn blöffen würde. Und da kommt Pik raus. Das ist doch schon mal gut. Null Augen, aber die nehmen wir natürlich trotzdem mit. 24. Kommen wir auf 57. Mit eigener Kraft plus die Kreuzdame 60. Ein Bild in Karo wäre natürlich schön gewesen. Jetzt sind wir bei 35. Da langt es jetzt noch nicht. Ich denke, dann spiele ich mal Pik raus, um am ehesten die Chance zu haben, noch Herzdame zu bekommen oder ein Kreuz ein Bild zu angeln. Also ein extra Auge zu angeln, Kreuz König, würde mir ja schon reichen. So und bei der 20er Reizung muss ich die Chance jetzt natürlich ergreifen. Da habe ich meine drei Augen, da habe ich Herz 10. Das sitzt ja hier auch alles ganz glatt. Nur Karo wahrscheinlich nicht. Das werde ich gleich nochmal überprüfen, dass hier Karo 10 Drückung korrekt war. Ja, also gut getroffen. Da hat die Reizung natürlich auch ein bisschen verraten, aber ansonsten war es auch gleichmäßig verteilt. Ja, Nulleken, wenn ihr mich fragt. Ziemlich geschlossen von unten, allerdings leider zwei Faule in Pik und die eine ist auch noch die 9. Wenn es denn die 8 wäre, würde ich auf Nulluwehr reizen. Mit 9 und Ass in Pik werde ich wohl vernünftigerweise nur bis 23 gehen, aber ich komme tatsächlich ran. Und ich finde zum Nulluwehr zwei goldene Uhren in dem Fall, für mich natürlich nur. Die passten wie die Faust aufs Auge und damit sammle ich dann ungefähr 46 Punkte ein. So, ist ja gut gestartet. Schon ein kleiner Vorsprung, 3 zu 0. Herrlich. Jetzt erstmal ein bisschen auf die faule Haut legen, zumindest ein bisschen den Ball flach halten und erstmal schauen. Aber natürlich wieder Spieler 3. Werden wir natürlich lieber aus taktischer Sicht Spieler 2 wird auch dazwischen mal einen machen, aber da steckst du nicht drin. Dann hoffen wir mal, dass das auch so ein sehr gewagter Gang war. Und noch ein Büblein bei meinem Partner. Ja, der ist ohne 2, aber Pik sehe ich jetzt natürlich nicht so gerne. Jetzt komme ich hier in Hinterhand ran. So, Alleinspieler hat natürlich noch zwei Kreuz. Er hat wahrscheinlich noch Karo Ass und Herz Ass. Gut, vielleicht eher Karo Ass zu dritt und Herz Ass blank. Auch schwer zu sagen. Kann jetzt auch das Karo Ass blank haben und Herz Ass König oder so. Also, ich gehe mal davon aus beim Gragen, dass er beide Ass noch hat. Das ist also geraten. Gut, wir kriegen dann sowieso nur den letzten. Ich denke mal, da hat er vielleicht eher den Karo König im Keller. Dann spielen wir mal Karo weiter, wenn da noch Karo Dame 9 liegt. Ja, siehst du, er nimmt raus. Also Karo König ist im Keller. Wenn überhaupt, dann gibt es noch einen Stich in Herz. Ne, hat er sogar Herz 10. Und noch zwei Kreuz. Okay, na gut. Dann war hier nichts zu holen. Dann können wir froh sein, dass wir unsere 31 Augen haben. Trali, Trala. Ich bin bereit. 18 sagt Spieler 3 sicher. Jede Wette. Was wettet ihr? Da. Ich habe es gewusst. Das ist so ein Typ, der jedes Spiel anreizt. Aber wir haben auch gut gefunden. Also kein Grund, mich zu beklagen. Kreuz Ass passt natürlich. Jetzt habe ich ja wieder ein sehr gutes Pik-Spiel hier. Gang gegen eine Gegenreizung, wo mir auch noch Pik 10 fehlt. Das wäre Wahnsinn. Das Farbspiel kann hier an sich nur gegen fünf Trumpfe überhaupt gefährlich werden. Da hätte ich eben sogar noch mal fast einmal besser unterdurchgespielt. Ne, so sind die Trumpfe gleich raus. Wenn überhaupt. Ne, alles sitzt artig. Na komm, wir spielen einfach mal durch. Gönnen wir uns die Freude. So, jetzt muss ich ja gleich mal gucken. Ich liege doch gut im Rennen. 463 und noch drei Spiele. Vielleicht schaffe ich ja mal die 500 oder 600 sogar und hole mir hier ein kleines Taschengeld noch für die Mühe. Das wäre ja schön. Da wäre ja ein richtig schöner, nobler Abend dann drin. Aber jetzt denke ich, muss ich erst noch mal schauen, was Spieler 3 macht. Reizung auch von meinem Partner. Ich denke, jetzt ist er wieder fällig. Ich habe so das Gefühl. Also wenn ich, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ist er jetzt auch auf Risiko gegangen. Bei 273 will er was versuchen. Ich habe ja die Hand auch noch einigermaßen voll. 20er Reizung von meinem Partner. Na. So, hier können wir mal einmal so tricksen. Was heißt tricksen? Meinem Partner etwas verraten. Nämlich, dass ich das Kreuz Ass habe. Dem Alleinspieler das eben nicht verraten. Deswegen hier die 10. Und ich wechsle mal die Farbe, um das Kreuz Ass auch gar nicht erst in Gefahr zu bringen. So, und Spieler 3 hat aus Ass König Lusche abgeworfen. Dann wird er natürlich gleich Pik Ass und 10 verlieren. Denn es fehlt, na, denn es fehlt ja nicht mehr viel. Also es sei denn, er hat einen 7-Trümpfer, kann jetzt stechen und nochmal Trumpf spielen. Aber das kann eigentlich nicht sein. Aus einem 7-Trümpfer würdest du ja nie im Leben im ersten Stich aus dem Ass zu dritt abschmeißen. Von daher kommt jetzt einfach Pik 10 Vorstich. Nein, mein Partner ist nicht mit dem Pik Ass raufgegangen. Ich werd verrückt. Der Mann wirft aus Lusche König ab und kriegt hier den Stich. Was ist denn da mit Spieler 2 passiert? Wo wollte er denn sein Pik Ass unterbringen? Also das sind so die Momente, wo du denkst, das kann ja alles gar nicht wahr sein. Das kann ja alles nicht wahr sein. Jetzt steh ich hier noch da, weil ich die 10 auf den Tisch gehauen hab. Ja, gut, also ganz, ganz kurz im Hinterkopf hat jemand gesagt, kann das sein, dass dein Partner noch das Pik Ass hat, aber diesen Zug aus Ass Lusche aus nur zwei Picken, den gibt's ja eigentlich überhaupt nicht beim Skat. Also das hab ich dann doch abgehakt für geht überhaupt nicht, kann nicht sein. Ja, mit Rosin gehandelt. Spieler 3 fährt hier den auf jeden Fall kuriosesten Sieg ein mit einer sehr schwachen Karte. Viertrumpf noch dagegen. Was hat er dabei? Karo 10 im Keller. Karo Ass, Karo Dame oder sowas und Pik Lusche König. Tja, mit Pik Lusche König, die ist er relativ günstig losgeworden, beziehungsweise da hat er sogar noch einen Stich mitgemacht. Gut, gucken wir uns jetzt mal den ersten Auftritt von Spieler 2 an. Kriegt er jetzt gleich, na, das sieht aber für ihn nicht gut aus, 36 Augen. Kriegt er jetzt zur Belohnung dafür dann einen selber an die Rübel, 39. Und natürlich wollen wir, dass unser Partner nochmal rübersticht. Tut er aber nicht, kommt nicht rüber. Naja, jetzt kommt natürlich Herz, Ass und Zehn. Wenn die laufen, dann hat er wahrscheinlich dann doch gewonnen. Ja, Pik 10, gute Idee. Ziemlich gute Idee, weil wir sowieso nicht gewinnen können. So, ein Spiel noch, 4,63, 3,53, das sind 110. Also ich sag mal, das muss doch trotzdem halten. Aber lieber hätte ich natürlich noch ein schönes Spiel. Und dann so eine Gewissensfrage. Schönes Spiel ist es natürlich nicht. Und wenn ich jetzt noch einen verliere, ist Spieler 3 auf jeden Fall vorbei. Na, ich sag mal so, 18 halte ich noch. 20 halte ich noch. Aber jetzt bin ich raus. Wenn ich noch rauskomme aus der Nummer, dann bin ich raus aus der Nummer. Aber jetzt komme ich nicht mehr raus aus der Nummer. Also ich habe es ja so gewollt. Jetzt ist meine Chance, hier das nochmal zu vermurmeln, immerhin gar nicht schlecht gefunden. Ist aber trotzdem eine Kirsche. So drücken. Und dann hoffen auf günstigen Trumpf. Tja. Oder Pik 10 oben halten, Karo 10 drücken. Ne, wir machen es mal so. Ein gutes Gefühl habe ich nicht. Auch wie man ihn eröffnet. Du kannst mit der Lusche starten, du kannst mit dem Buben starten. Also ein schönes Spiel ist das jetzt nicht. Wenn da vier Trumpf stehen und einmal Herz gepackt wird auf die 20er Reizung, dann sieht das schnell ganz finster aus. So, Karo habe ich natürlich gerne schon mal gesehen. Karo steht schon mal 2 zu 2. So, und ein Trumpf fällt es auch, wie es soll. Also das da bei der Reizung. Nun schaut es euch an. Da machst du dir Gedanken und dann ist wirklich gar nichts los. Die Karte steht dermaßen allglatt. Alles 2 zu 2 und Trumpf 3 zu 3. Also die Karte steht hier richtig symmetrisch. Jede Farbe ist gleichmäßig verteilt. Damit gewinne ich dann also ganz locker mit 79. Ich habe hier mit 5,49 ein schönes Ergebnis mit nur ganz kleinen Zittermomenten. Gegenspiel war jetzt nicht so erfolgreich, nur einen umgeknickt. Aber das muss ja auch nicht immer sein. Wir haben alles versucht. Einmal war es knapp. Und ja, für mich denke ich eine schöne Liste. Ich hoffe, ihr hattet auch euren Spaß. Und dann sehen wir uns bald wieder, wenn es heißt Skat-Geschichten und mehr alles vom Skat. Bis dahin, wie immer, gut blatt! Bis zum nächsten Mal!